So ihr Lieben, das ist ein Video, in dem ich versuchen möchte, etwas, was ich früher schon in anderer Form gesagt habe, nochmal anders zu sagen, nämlich das, was mich persönlich, ein wirklich kleines, unbedeutendes Menschlein, eine reine Privatperson, an den heute existierenden politischen Lagern wirklich verrückt macht, was mich in den Wahnsinn treibt. Diese politischen Lager existieren aus meiner Sicht heutzutage nahezu überall auf dem Planeten. Egal, wo wir hinschauen, es lässt sich grob unterteilen in links und rechts. Ich halte diese Unterscheidung für grundunproduktiv, für eine wirkliche systemische Fehlentwicklung. Wenn sie aber existieren, dann kann ich relativ klar benennen und möchte das also hier nochmal anders machen, was daran falsch ist, was daran stört oder was zumindest mich daran stört und das hat einen etwas anderen Dreh als frühere Äußerungen oder Texte von mir, wo ich das versucht habe zu fassen. Was ist denn, was ist denn der Punkt? Also, man könnte sagen, die beiden verschiedenen Lager, links und rechts, unterschätzen vielleicht jeweils verschiedene Seiten an uns Menschen und zwar angeborene Seiten an uns Menschen. Also sie verkennen sozusagen beide die menschliche Natur und zwar hinsichtlich benennbarer Aspekte, aber eben verschiedener Aspekte. Das heißt, die rechte Seite, das rechte politische Lager unterschätzt konsequent das Ausmaß der angeborenen menschlichen Empathiefähigkeit. Das wird einfach unterschätzt, was da da ist und was da möglich ist bei uns Menschen. Also auch was angeht übergreifende Empathie, Empathie mit Menschen, mit denen wir nichts gemein haben, mit denen wir keine Sprache teilen, keine Kultur teilen, keine Praktiken teilen, keine Glaubenssysteme teilen. Also wie letztlich physisch Empathie ist, wie körperlich Empathie ist und also wie, wir könnten sagen, vorkulturell, vorkognitiv Empathie ist. Und das sehen wir mit Verlaub schon bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich oder man könnte auch noch weiter ausweiten, bei jeder in Gruppen lebenden Tierart, wie weit die Empathiephänomene inklusive altruistisches Verhalten und so weiter bei in Gruppen lebenden Tieren gehen, so auch bei uns Menschen. Das ist so die Seite der Rechten. Ich bin erkennbar eher ein Linker, ich bin aber der Sonderfall eines Linken, den auch an den Linken ganz massiv etwas stört und der also etwas nicht unterschätzt, was nahezu alle Linken massiv unterschätzen und das ist das angeborene Aggressionspotenzial aller Menschen. Und also damit ein Schuh draus wird, damit wir ein realistisches Menschenbild haben, dürfen wir keine der beiden Seiten unterschätzen. Ja, es gibt eine starke angeborene empathische Seite, eine starke Anlage in jedem Menschen, sich prosozial zu vernetzen mit den jeweils vorgefundenen Menschen der Umwelt. Man kann das geradezu existenzialistisch denken, also der Mensch purzelt auf die Erde und drumherum sind komische viele Menschen, andere Erwachsene, also Erwachsene und andere Kinder und dann vernetzt sich dieses kleine Menschenwesen mit diesen Wesen, die halt da sind, die halt so um dieses kleine Menschenkind herumspringen und so weiter. Also ja, wir sind prosozial veranlagt, alles gut, das ist da, Empathiefähigkeit, Prosozialität ist angeboren, in den nahezu fast ausnahmslos allen Fällen sind wir also absolut prosozial voreingestellt, ab Werk, ab Natur und gleichzeitig bringen wir Menschen ein starkes und vom linken Lager krass unterschätztes Aggressionspotenzial mit. Also wie schnell wir Menschen in einem hochaggressiven Verhalten landen, indem wir bereit sind, anderen Menschen nahezu alles anzutun, was man sich ausdenken kann, wie leicht das geht und wie schnell das geht, wird einfach unterschätzt. Und dazu kann man ganz simpel sagen, evolutiv, wenn wir die Menschheitsgeschichte, also sozusagen aufgeklärt denken, aufgeklärt durch die heutige moderne Naturwissenschaft, dann ist es ganz klar, dass dieses Aggressionspotenzial halt lange, lange, lange Zeit einfach notwendig war, um die Art zu erhalten. Wir mussten aggressiv sein, weil das eine Welt ist, in der wir Menschen existiert haben, wo du ohne diese Aggressionspotenziale nicht überlebt hättest. Deswegen bringen wir das mit und deswegen sind wir sozusagen auch wahnsinnig schnellfähig, auch super, super nette Menschen, auch super, super empathische Menschen, auch super, super freundliche Menschen, wahnsinnig schnell da, dass wir also fähig sind, anderen Menschen wirklich grausamste Gewalt anzutun. Und das geht so schnell, so schnell können wir gar nicht schauen, wie schnell wir in diese Zustände gelangen. Ja, aus Gruppendynamik heraus, aus Stresszuständen heraus, das geht so schnell. Und dann sagen wir immer wieder das Gleiche, ja, ich habe mich selber nicht wiedererkannt oder das war gar nicht ich oder so oder das waren besondere Umstände. Ja, aber vom Potenzial her ist es halt da. Das heißt, dieses Video hat die komische These, eigentlich völlig banale These, dass sich das stark ausgeprägte menschliche Aggressionspotenzial und das stark ausgeprägte menschliche Empathiepotenzial überhaupt gar nicht ausschließen. Da gibt es kein Ausschlussverhältnis. Es ist halt beides wahr. Beides ist beim Menschen vorhanden und das macht es so verwirrend. In der Regel ist es halt so, wir haben eine enge Wir-Gruppe, die die meiste Zeit nicht immer vor unserem Aggressionspotenzial geschützt ist, über bestimmte Mechanismen, über bestimmte Dynamiken, die wir halt auch kulturell sozusagen absichern. Und dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die wir nicht als gleich schützenswert hinsichtlich unseres eigenen Aggressionspotenzials betrachten. In der Regel sind das Menschen, die sind, wo wir sagen, die sind anders als wir oder mit denen stehen wir nicht in Beziehung oder wir betrachten sie als Bedrohung für unsere eigene kleine Wir-Gruppe. Also die meiste menschliche Aggressivität wird tatsächlich aus Pro-Sozialität heraus agiert und mittlerweile ist die Forschung so weit, dass sie das anerkennt. Also sozusagen, es ist nicht eine Antisozialität am Menschen, die uns in Aggression hineintreibt, sondern die meiste Gewalt, die wir ausüben, ist, wir könnten sagen, von unserem Selbstverständnis her, schützende Gewalt. Wir glauben, irgendwas Soziales zu beschützen, andere Menschen zu beschützen und um sie zu beschützen oder uns selber zu schützen, sind wir hochaggressiv gegen andere. Und insofern schließt sich da überhaupt nichts aus, nur wird das Ausmaß der menschlichen Aggressivität grob unterschätzt. Wir tun also so im linken Lager, zu dem ich erkennbar gehöre, tun wir so, als wäre der Mensch so aus sich schon wahnsinnig friedlich, wahnsinnig nett, wahnsinnig freundlich und so und das stabil. Ja, dann ist alles richtig, außer das stabil. Wir Menschen sind vom Potenzial her wahnsinnig freundlich. Wir können verstehen, was ein anderer will. Es gibt zahlreiche Belege für spontane Hilfsbereitschaft, sogar gegenüber wildfremden Menschen, in bestimmten Situationen wohlgemerkt. Und gleichzeitig gibt es halt zahlreiche Zeugnisse, wie schnell wir Menschen in einem hochaggressiven Gift verhalten sind und wie leicht sich das aktivieren lässt, dieses Aggressionspotenzial. Es ist halt beides wahr. Man könnte sagen, also die höhere Wahrheit über den Menschen ist, wir sind hochinstabil, was unser Freundlichkeitsniveau angeht oder unser Feindseligkeitsniveau angeht. Wir sind da sozusagen unzuverlässig, moralisch und ethisch unzuverlässig und das ist Teil unserer Natur. Aber beide Lager, das linke und rechte Lager, tun so, als wären wir stabiler, als wir eigentlich sind, als wären wir situationsstabiler. Das rechte Lager rechnet tendenziell mit einer hohen Gesamtaggressivität, das nicht irgendwie eingefangen werden kann durch das menschliche Empathievermögen. Und Entschuldigung, das ist einfach sachlich falsch. Das stimmt nicht. Es ist einfangbar. Die menschliche Empathiefähigkeit ist hochzuverlässig, weil sie auch schon bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich hochzuverlässig ist. Also das ist keine menschliche Errungenschaft, das ist keine menschliche Besonderheit. Das ist etwas, was so gut wie alle in Gruppen lebenden Tieren haben von der Anlage her. Das ist hochstabil. Und gleichzeitig ist das, wovor Linke gern die Augen schließen, das menschliche Aggressionspotenzial ist wahnsinnig hoch, lässt sich wahnsinnig leicht aktivieren und auch aufweisen, wie wir uns das wünschen, dass es nicht so wäre. Und das ist halt gleichzeitig wahr. Und das macht diese beiden Lager so unproduktiv, weil sie sozusagen beide auf Wahrheiten herumreiten, die irgendwie stimmen, aber uns in dieser Form nicht weiterbringen. Also die nicht zu systemischen Weiterentwicklungen führen, die nicht zu einem Weiterdenken führen. Also wie muss man denn, wenn das so ist, der menschliche Mensch hat eine krasse Empathieanlage, der Mensch hat eine krasse Aggressionsanlage. Wenn das stimmt, beides, was heißt denn das dann für die Bauart unserer Gesellschaften? Was heißt das für die Bauart unserer Verfassungen? Was heißt das für die Bauart unserer politischen Institutionen? Wie müssen wir Politik konstruieren? Was für Institutionen müssen wir nutzen? Was für technische Verfahren müssen wir nutzen, wenn wir wissen, dass wir Menschen so sind? Dass wir eine starke Empathieseite haben, die zuverlässig arbeitet, die sich unter ganz bestimmten Umständen zuverlässig aktivieren lässt und wir gleichzeitig eine starke Aggressionsseite haben, mit der wir rechnen müssen, weil sie einfach da ist, ab Werk, ab Natur, genauso wie die Empathieseite. Das treibt mich in den Wahnsinn. Also dieses, ich nenne es unterkomplexes oder einseitiges Menschenbild auf beiden Seiten der Lagerdenke, auf beiden Seiten der politischen Fronten herrscht ein einseitiges, abstraktes, unvollständiges Menschenbild vor. Und auf dieser Grundlage wird dann versucht, Politik zu machen. Und das kann nie funktionieren. Das ist hoch unproduktiv. Also die ergänzen sich auch nicht, die beiden Seiten. Die blockieren sich und heben sich gegenseitig in einer ganz fatalen Weise auf, wo dann nur Murks oder gar nichts rauskommt. Und so geht halt menschliche Weiterentwicklung nicht. So geht institutionelle Weiterentwicklung nicht. So geht gesellschaftliche Weiterentwicklung nicht mit diesen Fraktionen und Lagern. So kommen wir einfach nicht weiter miteinander. Und deswegen ist links, rechts, also diese Erfindung meines Wissens der französischen Revolution oder im Nachgang der französischen Revolution, dass wir da Parlamente haben und dann sitzen die verschiedenen gewählten Leute oder bestimmten Leute nach Fraktionen, ja, Lager gegen Lager in diesen Parlamenten und halten irgendwelche komischen Reden, so wie ich hier eine komische Rede halte. Das bringt uns nicht weiter. Das ist keine Form, wie wir Menschen produktiv miteinander die Gesellschaft gestalten können. Null. Das ist eine totale idiotische Idee, das so zu machen. Und es gibt, wie gesagt, sehr viel bessere, die sehr viel besser funktionieren. Kurz gesagt, es gibt Methoden, die gezielt von unserer Empathiefähigkeit Gebrauch machen. Auch von unserer Empathiefähigkeit, die fähig ist, eben Gegensätze zu überbrücken, unterschiedliche Prägungen zu überbrücken, unterschiedliche Werte und Lebenssituationen zu überbrücken, unterschiedlichen Sprachgebrauch zu überbrücken. Diese Institutionen gibt es, aber wir nutzen sie nicht. Stattdessen wählen wir Parteien, die sich dann bekämpfen und Reden schwingen. Ja, also hart gesagt, institutionenbautechnisch ist das extrem primitiv, was wir machen. Unsere Verfassung ist primitiv. Unsere politischen Institutionen sind primitiv. Sie werden uns nicht gerecht, nicht in unserer real existierenden menschlichen Komplexität. Und also mich macht natürlich mein eigenes Lager viel verrückter als das andere. Beim anderen denke ich mir, ja mei, also ja, kann ich eh nicht erreichen mit meinem Habitus so. Warum sollte ich das adressieren, wenn mir klar ist, die kann ich eh nicht erreichen, also lasse ich es bleiben. Ja, in dieser Form, zumal jetzt im Internet oder so, wenn man sich glaubt, dann können irgendwie Menschen, die ganz anders sind als man selber erreichen, dann hat man irgendwie ganz grundlegende Dinge noch nicht verstanden. Also wen ich halt erreichen kann, sind Leute, die tendenziell eh schon sehr ähnlich sind wie ich selber. Das ist ein Grundphänomen der Öffentlichkeit. Das ist ein Grundphänomen des Internets. Aber an meinem eigenen Lager macht mich wahnsinnig die grobe Unterschätzung des Aggressionspotenzials der Menschheit. Entschuldigung, weil ich in einem komischen kurdischen Haushalt geboren wurde, stand mir diese Option nicht offen. Also wenn du mit einer kurdischen Identität aufwächst, wie ich das bin, dann bist du mit der Gewalttätigkeit der Menschen beständig konfrontiert. Ab dem ersten Schrei oder ab dem ersten bewussten Gedanken ist dir klar, dass du in einer Gewaltwelt lebst, weil das die Kurden halt tun, weil die Kurden halt unter die Räder gekommen sind in den Geschichten, weil sie eine verspätete Nation sind und das mit der Staatenbildung zu spät in Angriff genommen haben, nämlich kurz gesagt, als das Fell des Bären bereits verteilt war. Als die Länder bereits aufgeteilt waren, ist bei den Kurden der Nationalismus erwacht, also zu spät. Und deswegen haben sie bis heute keinen Staat. Wenn du also staatenlos aufwächst, im Bewusstsein zu einer Gruppe zu gehören, die staatenlos ist, noch dazu zu einer so großen Gruppe wie den Kurden, dann ist dir klar, dass du in einer Gewaltwelt lebst, weil das ist, was die Kurden seitdem, seit 1914, seit 1917 konstant erleben, überall wo sie leben. Werden sie unterdrückt, werden sie gefoltert, werden sie diskreditiert, werden sie ermordet. Ja, das ist halt so, damit bin ich aufgewachsen. Und deswegen habe ich keinerlei Naivität gegenüber der Gewaltseite, anders als meine lieben Mitlinken, die da auf einer Insel der Seligen leben und also so tun, als wären wir friedlich freundlich und es wären nur so ein paar versprengte Rechte das Problem. Nee, das Problem sind wir alle. Das Problem ist tatsächlich der Mensch an sich. Der Mensch an sich kann sich wunderbar kultivieren in Richtung friedlicher, aber er muss es halt auch tun und das tun wir nicht. Stattdessen haben wir eine hochgefährliche Institution geschaffen, die sich nennt Parteiendemokratie. Das ist hochgefährlich, was wir machen. Und das ist einem klar, wenn man einem klar ist, wie hoch das Aggressionspotenzial von Menschen ist, ab Werk, ab Natur. Wie gesagt, das hatte mal seine Berechtigung, seine Funktion. Vor vielen, vielen tausend Jahren haben wir das gebraucht, um als Spezies zu überleben. Aber jetzt ist es ein Problem, aber es ist trotzdem da. Es wird nicht weggehen. Wir werden konstant Probleme mit unserer eigenen Gewaltneigung, mit unserer Gewaltseite haben, die in allen Menschen drin steckt, weil sie eben mal sinnvoll war. Das ist noch nicht zu lange her. Die biologische Evolution ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig langsam im Vergleich zur kulturellen Evolution, im Vergleich zu den gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir jetzt die letzten 10.000 Jahre hinter uns haben. Und der Mensch ist im Kern immer noch so, wie er zu Zeiten war, als diese Aggressionsseite notwendig und unproblematisch war. Heute ist sie hoch, hoch problematisch und sie ist weiterhin da. Und an meine lieben Mitlinken kann ich nur sagen, ja, was habt ihr dazu zu sagen, zu unserer Gewaltseite? Was ist denn eure Vorstellung, wie dann angesichts dieser real existierenden Gewaltseite des Menschen und dieses hohen Aggressionspotenzials, das wir alles haben, wie die Welt friedlicher werden soll? Ich habe eine Vorstellung dazu. Ich habe einen Vorschlag dazu. Was ist denn eurer? Und ich höre nichts. Ich höre sozusagen Träume, Illusionen von Menschen. Ich höre sozusagen eine Vorstellung davon, dass irgendwie alles von ganz alleine gut wird oder schon gut sei. Daran ist alles falsch, was man nur sagen kann. Also wenn das alles wäre, was Linke zu sagen haben, dann müsste man sagen, die Rechten haben Recht. Die Rechten sind aber genauso um Recht, weil sie die Empathieseite des Menschen und die Fähigkeit zur übergreifenden Kooperation, unabhängig von Kultur, von Prägung, von Sprache, von Zugehörigkeit zu einer kleinen provinziellen Wir-Gruppe unterschätzen. Also beide Lager, das Linke und das Rechte, irren sich fundamental über den Menschen, aber sie irren sich hinsichtlich verschiedener Dinge. Oder umgedreht könnte man sagen, beide Seiten haben Recht, aber hinsichtlich völlig verschiedener Dinge. Die Linken haben Recht hinsichtlich ihrer Anerkennung der Empathieseite des Menschen. Die Rechten haben Recht hinsichtlich ihrer Anerkennung das hohen Aggressionspotenzial des Menschen. Und beides existiert qua Natur, von Natur aus und ist für uns Menschen nicht veränderbar. Wir müssen damit umgehen, anstatt dass wir das versuchen gedanklich zu umgehen. Also auszublenden und so zu tun, als wäre der Mensch anders, als er aber ist. Und kurz gesagt, damit ein Schuh draus wird, müssten Rechte und Linke tatsächlich freundlich, friedlich zusammenkommen und sich ergänzen. Aber diese Formen von Politik haben wir nicht geschaffen. Stattdessen haben wir Lager, Fraktionen, die sich wiederum bekämpfen. Komischerweise gewinnen bei diesen Kämpfen meistens die Rechten, man weiß nicht warum. Dass die Seite, die die Aggressionsseite des Menschen sieht, gewinnt, ist jetzt nicht groß überraschend, liebe Linke. Es ist ein Kampfgeschehen. Ein Kampfgeschehen gewinnt der, der auf Kampf voreingestellt ist. Und politische Kämpfe gewinnen immer die Aggressiveren, die die dreister sind, weil sie die Situation erkennen, dass jetzt man hier bestimmte ethische Maßstäbe mal besser fallen lässt, weil man sonst den Kampf verliert. Dazu sind Rechte aufgrund ihres ebenfalls falschen Menschenbildes eher bereit als Linke. Und weil also Linke eine naive Sichtweise auf den Menschen haben, nachdem irgendwie ja alles ei-dei-dei ist, ja schon einfach so von alleine, dann, ja, okay, das wirst du verlieren. Überall auf der Welt sind die Linken im Hintertreffen. Ja, und das ist ein stabiles Phänomen, vielleicht schon aufgefallen. Wird meistens darauf zugerechnet, dass die Linken intern grob zerstritten sind. Ich rechne darauf zu, dass die Linken naiv sind gegenüber dem Machiavellismus, der nötig ist, wenn Politik als Kampfgeschehen institutionalisiert ist. Und das ist es derzeit überall auf dem Planeten. Wir leben Machiavellismus pur. Unsere Systeme sind machiavellistisch gebaut, weil wir uns halt in der Bauart unserer Institution in der Neuzeit vor allem von Rom haben inspirieren lassen. Und Rom ist das, was Machiavelli vor Augen hatte. Man lese nochmal die Diskursi vielleicht, wenn man es noch nicht hat, ja. Also, Machiavelli schaut auf Rom, aber er schaut nicht auf Athen. Und die Athener waren nicht weniger aggressiv, aber sie hatten sozusagen das Problem, das entsteht auf unserer Aggressivität, viel deutlicher im Blick, als es die Römer später hatten. Die Römer haben es halt ausgenutzt, um Imperien zu bauen. Die Griechen hatten Trouble mit sich selber, aufgrund ihrer starken, aggressiven Seite, die aber nicht ihre starke, aggressive Seite war, sondern die starke, aggressive Seite der Menschheit an sich ist. Überall auf dem Planeten sind Menschen hochaggressiv unter bestimmten Umständen. Das ist ein stabiles Phänomen. Das haben nicht manche Menschen mehr, manche weniger. Das ist eine menschliche Sache. Und wenn du unter bestimmten Umständen stehst, wenn du bestimmte Mechanismen ausgesetzt wirst, dann werden Menschen aggressiv. Damit können wir fest rechnen. Und Rechte rechnen fest damit, aber sie rechnen damit, dass dieser Zustand systemisch nicht überwindbar sei. Und das ist falsch. Er ist überwindbar über die starke Empathieseite, die aber kultiviert werden muss, systemisch, zwischen allen Menschen. Also eine Menschenfreundlichkeit lässt sich herstellen, das negieren Rechte. Sie glauben, dass das nicht möglich sei. Während Linke davon ausgehen, dass diese Menschenfreundlichkeit einfach schon von sich aus da sei. Also nicht die, die spezifisch in Nahbereich mit der eigenen kleinen Wir-Gruppe. Ja, die ist da. Aber die übergreifende Freundlichkeit ist nicht einfach da. Die ist wahnsinnig schwer herzustellen mit einem beträchtlichen Aufwand. Diesen Aufwand wollen aber Linke bisher nicht gehen. Ja, sie wollen träumen, dass das schon mit einem geringeren Aufwand zu machen sei. Und das ist halt sachlich falsch. Ja, also wir haben grobe Irrtümer über den Menschen an sich, die die Form unserer Institutionen gestalten. Und solange unsere Institutionen also von einem grundfalschen Menschenbild ausgehen, wird Politik nicht besser werden können, wird die Gesellschaft nicht besser werden können, weil wir sozusagen dem Mensch träumen. Vor allem wie der Mensch ist in seinem Zusammenwirken aufeinander, also in seinen Sozialdynamiken. Und das ist halt eine arme und armselige Anthropologie, auf der wir sitzen, und zwar links wie rechts, nur hinsichtlich verschiedener Aspekte. Und man kann sagen, beides stimmt. Der Mensch ist hoch empathisch ab Geburt und der Mensch ist hoch aggressiv ab Geburt. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Das ist gleichzeitig da. Und mich treibt das Ganze, wie man vielleicht merkt, in den Wahnsinn. Ja, ich würde immer wahnsinnig. Also ich sollte vielleicht über solche Dinge gar nicht nachdenken, wenn ich einigermaßen noch im verträglichen und besonnenen Bereich selber bleiben will. Sollte ich vielleicht, was weiß ich, den lieben langen Tag nur komische Dinge tun, die sich nicht mit Politik beschäftigen, weil dann geht es mir wahrscheinlich besser. Spiele ich lustige Computerspiele, spiele ich Schach, lese lustige Bücher und kommentiere sie und habe eine gute Zeit, aber denke nicht nach über die ganze Mess, in der wir gemeinsam sind, über die ganze Katastrophe, die wir Gesellschaft nennen und die unseren Alltag bestimmt. Ausblendung wäre das dann. Gezieltes Ausblenden, um das eigene, persönliche, private Wohlergehen zu steigern. Also das Äquivalent zu Drogen oder Alkohol. Man ertränkt das Bewusstsein durch Ablenkung, durch bestimmte chemische Prozesse, damit es nicht mehr so weh tut. Diese Option steht jedem Menschen offen und wird natürlich in bitteren Zeiten vermehrt genutzt werden. Bevor es unerträglich wird, gibt es viele Arten, wie Menschen sich bewusstseinstechnisch wegschießen können. Manche muss man auch gar nichts machen, die kommen von allein. Die Psyche als Selbstschutz, das Gehirn als Selbstschutz arbeitet da wunderbar und will uns Erfahrungen ersparen, die wir nicht verarbeiten können. Darauf ist Verlass. Insofern müssen wir vielleicht gar nichts machen, wir können einfach die Dinge geschehen lassen und wenn es zu schlimm wird, schaltet unser Bewusstsein ab, weil es eben nicht mehr erträglich ist. Können also laufen lassen. Ja, wie auch immer, das sind meine komischen Gedanken zu der Problematik von links und rechts und warum wir so nicht weiterkommen. Wir werden auch nicht weiterkommen, wenn wir diese Lager bestehen lassen, also wenn wir Politik weiterhin parteiförmig, lagerförmig machen, kommen wir einfach nicht weiter. Wir müssen auf eine andere Art zusammenkommen und die ist machbar. Die ist machbar, vor allem wenn wir ein realistisches Menschenbild haben und das haben wir derzeit nicht. Man könnte eigentlich ganz entspannt sagen, ja, liebe Rechte, ihr habt recht, Menschen sind hochproblematisch, vor allem wir Männer, ja. Man könnte ja zum Beispiel beim Thema Migration einfach mal hinschauen und wie gesagt, ich bin zustande gekommen, ich existiere, weil zwei meiner Väter, sowohl mein biologischer als auch mein sozialer Vater, migriert sind. Also ich bin ein Migrantenkind und zwar ein Migrantenkind von der männlichen Seite her. Meine Mutter ist Deutsche. So, und als ein solches väterliches Migrantenkind, väterlicherseits, kann ich sagen, möglicherweise steckt hinter dem, was man Rassismus nennt, viel eher noch etwas, was man nennen könnte Sexismus und zwar männerfeindlicher Sexismus. Migrantinnen sind nämlich überwiegend hoch willkommen weltweit, Migranten, also männliche Migranten eher nicht. Warum nur? Ja, sieht man wunderbar. Also man kann natürlich philosophieren über den Rassismus im Umgang, unterschiedlichen Umgang mit syrischen und ukrainischen Flüchtlingen. Kann man gerne machen, ja. Dass das ein rassistisches Moment haben. Die Ukrainer sind Christen, sie sind zwar orthodox, was auch irgendwie weird ist. Ja, sie sind nicht wie wir, sie sind orthodox überwiegend. So, aber die Syrer, das sind so ganz merkwürdige, was weiß ich, sunnitische Muslime überwiegend. Ja, so. Ja, so, ne. Kann man machen. Kann man also auf Rassismus zurechnen oder Religionismus oder ich weiß nicht, wie man das da nennt, also religiöse Diskriminierung. Aber man kann auch einfach sagen, die überwiegenden Leute, die aus der Ukraine zu uns kamen, waren weiblich oder Kinder, die sind hoch willkommen. Und die überwiegenden Migranten aus anderen Ländern sind meistens Männer und die sind nicht willkommen. Warum nur? Warum nur? Ja, also dieser Sexismus beim Migrationsthema, ja, weiß ich nicht, was Linke dazu sagen. Keine Ahnung. Ich bin Betroffener. Ja, meine beiden Väter waren letztlich sowohl Kriegs- als auch Arbeitsmigranten gleichzeitig. Ja. Kommen aus Regionen, die verheert worden sind, die kriegstraumatisiert sind und wo gleichzeitig aber der Grund natürlich das Streben nach erhöhtem materiellen Wohlstand ein großer Treiber war bei der Migration. So bin ich entstanden. Ja, damit bin ich konfrontiert gewesen ab dem ersten Lebenstag. Ja, uff. Also ich weiß nicht. Ich finde das Niveau, auf dem wir die Themen verhandeln, die Art und Weise, wie wir die Themen verhandeln, einfach erbärmlich. Wirklich erbärmlich. Ich weiß gar nicht, warum ich mich an solchen Gesprächen beteiligen soll, wenn die auf dem Niveau stattfinden, wo ich mir denke so, okay, da seid ihr. Auf der Ebene wollt ihr die Themen verhandeln. Echt. Das ist euer Ernst, oder? Ich schieße mich mal weg. Ich klinge mich mal aus. Da mache ich nicht mit. Mache ich lieber komische Selbstgespräche in Videos. Da habe ich wenigstens einen Gesprächspartner auf Augenhöhe. Ich weiß, das ist arrogant und snobbistisch, aber so geht es mir. So erlebe ich das. Warum soll ich mich an Gesprächen mit Leuten beteiligen, die, sage ich mal, ganz, ganz grundlegende Dinge noch nicht verstanden haben? Das ist für mich so, als würde man erwarten von irgendeinem Kernphysiker, dass er jetzt mit jemandem, der mal ein bisschen was gehört hat, was weiß ich, es gibt sowas Relativitätstheorie und hat eine coole Vorstellung und jetzt wartet der andere aber, dass man mit ihm ein Gespräch auf Augenhöhe führt. Ja, so auf dem gleichen Kenntnisstand. Ja, ist aber nicht der gleiche Kenntnisstand. Warum soll ich mich unterhalten? Was habe ich davon, wenn ich mich darüber unterhalte, mit Leuten, die ganz grundlegende Dinge des Politischen, ganz grundlegende Dinge des Zwischenmenschlichen noch nicht verstanden haben? Dann würde ich immer sagen, macht eure Hausaufgaben und dann können wir noch mal reden. Ja, investiert auch, wie ich, 20, 30 Jahre darin, dass ihr so das Politische und das versteht, wer hat die Zeit dafür, mir wurde die geschenkt, ja, wer hat die Zeit dafür, sich so viel mit Gesellschaft und Politik auseinanderzusetzen? Ein paar Soziologen, ein paar Politologen, ein paar Philosophen machen das. Ja, die haben die Zeit. Alle anderen haben nicht die Zeit und deswegen ist also das Niveau unterschiedlich oder das allgemeine Niveau unterirdisch, auf dem die Fragen verhandelt werden. Ja, wenn ich mir meine lieben Mitsoziologen, Mitpolitologen, Mitphilosophen so anschaue, dann denke ich mir auch meistens, oh mein Gott, oh mein Gott, das denken die aber über mich natürlich auch. Aber was soll man machen? Ja, das ist unsere Situation. Was machen wir damit? Ja, also wir haben Probleme miteinander, ganz gewaltige und ich würde sagen, die meisten Linken leben echt auf einer Insel der Seligen, ja, die nicht mit den Problemen auf Augenhöhe dient und die vor allem mit dem menschlichen Aggressionspotenzial nicht auf Augenhöhe dient, während auf der anderen Seite eben die Rechten, mit denen nicht deutlich weniger vernetzt und verbunden sind, einfach unterschätzen, wie stark die Empathieanlage bei allen in Gruppen lebenden Tieren ist, wie stabil die ist und wie stabil die sich auch aktivieren und nutzen lässt. Nur wir tun es halt nicht. Und ja, auch den Rechten wird es irgendwann zu viel. Auch Leute, die also darauf voreingestellt sind, dass die Welt eine machiavellistische Welt ist, eine Kampfwelt ist, das Leben ist Kampf, Kampf der Kulturen, bla 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 bla, ja, selbst Leute, die darauf voreingestellt sind, denen wird es auch irgendwann zu viel. Es gibt auch sehr, sehr streitbare, sehr, sehr selber hochaggressive Menschen, also deren Aggressionspotenzial aktiviert ist, denen es auch irgendwann zu viel wird. Auch der letzte Krieger will irgendwann heimkehren und die Wunden verbunden kriegen und wenn da niemand ist, der seine Wunden verbindet, dann hat er ein Problem, ja. Auch der letzte große Krieger wird mal alt und die Kräfte erlarmen. Das ist relativ drastisch. Kann man sich in jüngeren Jahren nicht vorstellen. Wenn man 20, 25 ist, kann man sich nicht vorstellen, wie der eigene Körper sich anfühlt, wenn man auch schon 35 ist. Darüber wird wenig geredet. Von 50 ganz zu schweigen oder 60 oder 70 oder 80. Und natürlich kann man das Modell leben, live faster young, ja, ich werde das nie erleben, weil so alt werde ich gar nicht werden. Ja, ich sterbe als junger Krieger im Kampf. Ja, wenn das euer Lebensmodell ist, eure Vorstellung von ihm ist, was soll ich dagegen setzen? Was könnte ich dagegen tun, ja, wenn solche Leute existieren, die also ein Kriegerideal nach wie vor haben und also was dabei drauf geht, was sie das kostet, überhaupt nicht thematisieren, weil sie dafür gar kein Gespür mehr haben, weil es ihnen bereits erfolgreich abtrainiert worden ist. Ja, also wie gesagt, wir haben die Wahl, eine Kampfwelt zu begründen, wir haben die Wahl, in einer Kampfwelt zu leben und uns vorzumachen, dass es keine Kampfwelt sei, ja, wie es die Linken tun oder wir haben die Wahl, tatsächlich eine stabile Weltdemokratie zu schaffen, stabile Zustände zu schaffen, die stabil, freundlich und friedlich sind. Dazu müssten wir beim beträchtlichen Aufwand betreiben und dazu sehen Linke keinen Anlass, weil sie glauben schon, in dieser Welt zu leben, die wir aber erst herstellen müssten und Rechte glauben, dass das unmöglich sei. Rechte halten so, also das, was tatsächlich möglich ist, für unmöglich und deswegen gehen sie gar nicht erst in die Richtung und stellen sich zynischerweise auf eine machiavellistische Welt ein und daran ist auch etwas hochnaiv, also auch an der rechten Welt sich das hochnaive daran ist, dass man glaubt, dass man diese Welt ertragen könnte. Also praktisch die Rechten glauben, die Welt ist schon schlimm, wie schlimm sie wirklich ist, dem schauen sie nicht ins Auge. Also ihre Annahme über die Aggressionspotenziale, ihre Annahme über das, was wir Menschen da so anrichten, ist immer noch naiv, nur nicht so naiv, wie die der Linken. Wenn wir wirklich mit dem konfrontiert sind, mit dem Schrecken, der wir selber sind, mit der Grausamkeit, die wir Menschen selber füreinander sind, werden wir nahezu alles tun, was nötig ist, um diese Zustände stabil zu beenden. Das hat zum Beispiel die Philosophie des verdammten Thomas Hobbes motiviert. Also wenn man sich klar macht, warum Hobbes auf so eine absurde Idee kommt, wie dem absolutistischen Staat das Wort zu reden, einer absolutistischen Monarchie in seiner Staatskonzeption, naja, dahinter steckt die Erfahrung des englischen Bürgerkriegs. Danach bist du zu allem bereit. Das ist ja auch die Kernlinie von Hobbes' Argumentation. und die Linken tun so, als würde das nicht wieder passieren. Als jetzt gibt es Jugoslawien nicht, als gibt es die Ukraine nicht, als gibt es Syrien nicht, als würden wir schon da sein. Ja, da kann ich nur sagen, mit meiner, wie soll ich sagen, ersten 20 Lebensjahre mit einer kurdischen Identität, ja, weiß ich nicht, in was für einer Welt er lebt, aber nicht in meiner, nicht in der, mit der ich konfrontiert war. Ich habe mit, als, wie soll ich sagen, Jugendlicher Folterberichte gelesen. Kriegsberichte und Folterberichte. Als ich noch nicht ganz alt war, war Halabja, ja, der Giftgasangriff auf die Kurden im Nordirak. Vielleicht erinnern sich manche, ja. Und was da in der Türkei mit den Kurden läuft, darüber breite ich den Mantel des Schweigens, das ist so schlimm und das geht jetzt schon seit 100 Jahren so. Also, diese Naivitäten, auf denen Linke gewöhnlich sitzen, standen mir nie offen. Und deswegen habe ich die merkwürdigen Ansichten, die ich habe und deswegen bin ich ein so glühender Demokrat, der aber sagt, Demokratie haben wir noch gar nicht, Demokratie müssten wir erst herstellen. Demokratie ist ein beträchtlicher Aufwand für alle, ein Aufwand, den wir scheuen, weil wir naiv sind hinsichtlich unseres eigenen Aggressionspotenzials. Das Problem sind nicht die anderen, das Problem sind wir alle. Alle Menschen sind hochproblematisch, alle Menschen sind von ihrem Potenzial her hochaggressiv. Und das ist ein Problem, ja. Also, wir sind nicht Bonobo-artig, ja. So weit sind wir in unserer Entwicklung nie gekommen, wie unsere nächsten Verwandten im Tierrecht, die Bonobos. Wir sind viel eher auf dem Aggressionsniveau von Schimpansen. Und Schimpansen führen hochgrausame Kriege gegeneinander, wie wir mittlerweile wissen. Schimpansen sind keine netten Tiere. Wir sind auch keine netten Tiere. Ja. Und das könnte man alles wissen heute, aber wir machen die Augen zu, wir machen die Augen zu entweder vor unserem Empathiepotenzial, oder wir machen die Augen zu vor unserem Aggressionspotenzial. Auf jeden Fall machen wir die Augen zu vor uns selber. Und auf dieser Grundlage fehlender Selbsterkenntnis, fehlender Aufrichtigkeit über die eigene Natur, fehlendem menschlichen Realismus machen wir dann unsere politischen Institutionen und Verfassungen. Also, auf der Grundlage von anthropologischen Illusionen bauen wir unsere Verfassungen und politischen Institutionen. Ja, dass das nicht gut geht, ist eine Milchmädchenrechnung. Das könnten wir vorher wissen. Aber gut, wir wollen uns Illusionen machen, machen wir uns also weiter Illusionen und schauen zu, was passiert und im Notfall schießen wir unser Bewusstsein weg. Alles gut, gibt keinen Grund zu handeln, gibt keinen Grund, was zu ändern. Wir können einfach weiter so machen. Wie gesagt, wir können laufen lassen. Ist ein Selbstläufer. Super. Cetarum Censio, Isonomia am S.S.S.O.T. Yendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss und auf keinem anderen Wege zustande kommen kann, außer über das demokratische Losverfahren.